So, und da sind wir wieder bei Casco Shoshas. Oh, ja. Es war ein bisschen holprig. Ein bisschen. So, das ist die letzte Reliquie, glaube ich. Glaubst du? Glaubst du? Ich gehe jetzt auf Mage. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie der Mage eigentlich funktioniert. Wenn du nochmal weggehen würdest, du wirst auch funktionieren. What the fuck? Alter, der geht immer ganz stark ab. Ich treffe den irgendwie gar nicht. Ich kann doch so Magie-Label schießen. Warum treffe ich den denn nicht? Weil der einfach nur übertreibt. Ja, ich treffe den gar nicht. Der muss dann, glaube ich, hochspringen. Das bringt ja mit dem hier nichts. Danke. Ach doch. Den ziehe ich ja alleine schon richtig viel ab. Da brauche ich kein Sandwich. Sandwich. Ach so. Ja. Komm. Wo, 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 wo. Das ist doch... Nein. Ah, Mann. Sandwich, komm jetzt. Heilige Scheiße, Mann. Ja, Mann. Ja, gut. Ich glaube, ich werde wieder verrecken. Aber Phipps schafft es mindestens. Ja, Phipps hat es geschafft. Phipps ist cool. Dankeschön. So. Jetzt holen wir uns das, was uns zusteht. Ja. Nach 3000 Folgen. So, endlich. Oh, dieser Vulkan, der ist... Schrecklich. Na gut. Du kannst jetzt nicht sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ne, ne, das mache ich jetzt noch nicht. Pst. 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 Ich belebe' ich noch nicht wieder. Er ist doch tot, Mann. Nein, ist er nicht. Siehst du ja. Verteidigung. 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 Ja, ist ja schon gut. Wo geht's denn? Ach, nach oben? Nee, geht okay. Wir gehen jetzt erst mal. Nacht unten. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Was musst du denn? Äh, Kirchen da nicht. Wir sind hier überall schon durch. Einen Moment. Ich will hier rein. Wir brauchen dringend mal wieder einen Boss. Haben wir doch gleich. Ja, Gott sei Dank. Glaube ich, oder? Ist das ein Boss? Zählt das jetzt? Ne, aber wir... Pst, wir dürfen nichts voran. Ach ja, da müssen wir hier auch noch rein, siehste. Aber ich, siehste, ich glaube, hier müssen wir nicht rein. Das ist ein, äh... Doch, da ist eine Prinzessin, guck. Ja, aber das ist eigentlich eine... Naja, ist egal. Ich hasse dieses Schloss, hab ich das schon erwähnt? Ja, ich auch. I hate this. Nein, jetzt kommen doch... Ach, leg mir die Eier. Geköpft. Geköpft. Eiskalt. Du hast dich grad ein bisschen wie... Ach, egal. Was? Ich sag nicht, wie du dich angewöhnt hast. Sag jetzt. Wie, äh... Ich weiß nicht, wer das ist. Entweder Schlingel oder Usaft. Ja. Irgendwie... Weil du monoton. Das ist einfach... Ja. Ich hab mir das aber jetzt auch schon so voll angewöhnt, weißt du? Ich hab alle Minecraft... Ich hab alle Minecraft Hardcore-Folgen gesehen. Ich hab mir das voll angewöhnt. Trotzdem find ich das richtig kack. Wieso denn? Nach unten, nach unten, nach unten. Ach ja. Da war ja was. Und durch. Okay. Ja. Oh. Das hat mal geklappt. Leck mir doch die Eier. Leck mir doch die Eier. Leck mir doch die Eier. Wie ich mich einfach jedes Teil triffe. So. Alter, ich bin heute skillig. Das wird was, Fips. Nein, das wird nicht. Leck. Ja, seh ich. Das ist wieder so seltsam. Äh. Nein. Alter, was. Ich hab auch im Kalk-Ding. Ah, jetzt. So. Jetzt aber. Und auch geht's. Das ist schon schön. Ne. Oder muss auf die Wand hinvändigen. Ja. Äh? Bam, 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 bam. Ich glaub, wir werden verlieren. Nein. Doch, sie sind in Überzahl. Ist egal. Okay. Wenn's danach ginge, wir haben in diesem Spiel schon was weiß ich wie viele Gegner erledigt. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. I need all that money. Finds okay, geil? Ja, dann geb ich dir recht. So. Hier sind oben. Die Steck hab ich noch. Nein. Da war noch 4. Ja, so langsam geht's mit der Verteidigung und dem Leben nach oben. Ja, weil du auch nicht mal gehört hast. Ja, das kann man ja auch mal machen. Ab und zu so. Die Magie hat's drauf, Alter. Ja. Helft mir mal bitte mit deiner schönen Magie. Ich mach den Dicken gleich. Alter, Boss Battle, Boss Battle. Was war's? Ich hab meine Maus richtig. Vergewaltig. Ja. Guck, Mann. Zeig dir, wer der Babo ist, Alter. Wer ist der Babo? Ich glaub, er ist der Babo. Jetzt der Kopf ab. So. Dient, Alter. Mit der Magie, weil ich's kann. Cool. Also langsam komm ich wieder ran, ne? Oh nein, ich will da gern. Oh nein, 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 nein. Aber warte jetzt. Ich weiß, wie's funktioniert. Ich auch. Ja, danke, dass du mich da rein shoppst. Hab ich doch gar nicht. Ich auch. Das kann ich doch gar nicht. Irgendwie hat mich da reingefallen. Oh, die Magie hat's voll drauf. Ich find das gar so geil. Wenn ich treffen würde. Äh. Nein, nicht treffen. Ah. Kommt das in der Mitte auch noch hoch? Äh, ja. Ah. So, mussten wir da nicht irgendwie so hoch? Wir mussten doch. Nein, wir mussten doch mit Pfeil oben. Weißt du nicht mehr? Äh. Genau. Hey. Hier aber auch. Ja. Naja, wir könnten. Ich könnte aber auch mit Magie drauf gehen. Ja, da fehlt glaub ich nicht, oder? Mit Magie drauf gehen. Ja, mit Magie geht's auch. Ich treffen würde. Leid jetzt wieder auf einen Bogen. Wunderschöne ich überhaupt was fluten, oder wie? Äh, ich glaub schon. Ich weiß jetzt nicht ganz. Jetzt kommt ein Flammenwerfer, pass auf. Ja. Oh. Ich bin eigentlich gesprungen. Pass auf. Er springt erstmal selber rein. Wir können auch mit Schwertern rangehen. Könnten wir. Wenn ich springe, kann ich ja so ein Dingsball machen. Ich glaube der bringt auch was. Ja. Lass den mal rankommen. Nein. Guck, der ist doch schon vorbei. Oh ja, das macht 31 Schaden. Was ist das für eine geile Kugel, die du da machen kannst? Ja, eine Magiekugel halt. Scheiße. Ich mach den irgendwie. Er ist cool. Ich hasse den ja. Ah, beim ersten Mal haben wir den nicht vielleicht down gekriegt, ne? Äh, naja, es ging. Ich geh mal ein Stück zu weit renne. Nein, 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 nein. Ah, ich bin blöd. Vorsicht. Vorsicht. Wupp. Na komm, er ist doch gleich da. Ja. Ja. Das kleine bisschen schaffen wir jetzt auch noch. Also er ist leichter als der Vulkan- Futsi. Wo der Vulkan-Futsi. Ja. Wenn man den Vulkan-Futsi dann nochmal besiegt hat. Irgendwann. In 10 Jahren. Da geht's. Neck. Noa, ich renne noch genau rein. Ich renne noch mal rein. Treff ich den ja nicht. Was ist denn jetzt los? Aggressiva Hand. Des Todes. Na. Dein Bogen. Jetzt komm, jetzt ist er down Das weiß ich, das habe ich im Urin Nee, nur die eine Die Hand noch nicht Ja, geht doch Ach so geht's auch Ach so, wenn ich auf dem Boden stehe und dann Die Benutzentaste, also wenn ich Magier mache Und Benutzentaste drücke, dann schließe ich auf so einen Magieball Okay Also das geht auch am Boden Guck, hier müssen wir nämlich hin für das Pferden Guck, guck Nein, du sollst doch nicht immer gleich reingucken Ich will den König fertig machen, Mann Den kann man doch gar nicht fertig machen Ach, den kann man fertig machen Den kann man nicht fertig machen Das kannst du schon einnehmen, der Eisbrunst Du hast sie dupliziert Oh mein Gott Na gut Wie der König hat von der Upraged Ja Okay Wir machen gleich mal Eine etwas längere Pause, ne? Ja Ja Ja, okay Wo gehen wir nur drauf? Wo gehen wir nur drauf? Verteidigung Ja gut Jetzt ist es auch wie ich machen könnte Okay Dann, äh Machen wir jetzt eine etwas längere Pause Und dann machen wir Wie lange? Weiß ich nicht Machen wir Danach, du weißt schon Okay Ja Dann sehen wir uns In der nächsten Folge Beim Tack- Guck mal Die Dinger hier bewegen sich Wow Echt? Ja Oh Sie bewegen sich Also beim Tack-It Oh Oder beim Carse-Crushers-LP Man weiß es nicht Man munkelt, man munkelt Sehen wir uns wieder Bei Beiben ist auf jeden Fall der Phipps dabei Der hält da seine Hackfresse Nicht in die Kamera Man kann sie eigentlich gar nicht sehen Ja Ist egal Ja Bis dann Tschüss